Ja, hallo, mein Name ist Julia Schulz. Ich bin HL Business Partnerin bei der Billfinger OKI Isoliertechnik GmbH und bin zuständig für Personalangelegenheiten rund um die Einstellung und Ausstellung eines Mitarbeiters und natürlich auch für das Azubi-Recruitment, denn wir suchen euch als Auszubildender hier bei uns und zwar entweder zum Isolier-Facharbeiter, das wäre unsere zweijährige Stufenausbildung, oder aber, wenn ihr gut seid und noch Lust habt, das dritte Jahr zu machen, zum Industrieisolierer. Der Industrieisolierer bietet euch nämlich auch weitere Chancen, euch nach der Ausbildung bei uns weiterzubilden, beispielsweise zum Bauleiter, zum Projektleiter oder wenn ihr Lust auf mehr Führungsverantwortung habt und die Qualifikation mitbringt, beispielsweise auch zum Standortleiter hier in Dortmund. Bei uns hast du die Möglichkeit, nach der Ausbildung übernommen zu werden, wenn du die Ausbildung erfolgreich abschließt. Wir bilden bei uns nur nach Bedarf aus. Wir würden uns freuen, wenn du auch nach der Ausbildung dazu bereit wärst, Führungsverantwortung zu übernehmen, denn wir brauchen nicht nur Indianer, sondern freuen uns, den einen oder anderen Häuptling auch dabei zu haben. Wenn du bei uns anfangen möchtest, ist es wichtig, dass du handwerklich geschickt bist, dass du Spaß hast, mit Werkzeugen zu arbeiten und an verschiedenen Materialien. Ordentlichkeit ist wichtig, Genauigkeit, da du ja auch die ein oder andere technische Zeichnung anfertigen musst. Du solltest teamfähig sein, denn du bist mindestens zu zweit auf einer Baustelle. Natürlich wäre räumliches Vorstellungsvermögen auch von großem Vorteil. Wir freuen uns auf eure Bewerbung. Wir freuen uns auf eure Bewerbung.